Was geht ab Leute? Herzlich willkommen zu meinem Video. Heute gibt es einen kleinen Einblick in die Stadt Kampala und danach noch eine kleine Roomtour. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Zuerst sind wir mit dem Matatu in die Stadt gefahren. Das funktioniert folgendermaßen, dass man sozusagen diesen kleinen Bus ein Handzeichen gibt und dann hält der an und jeder Bus, der in diese bestimmte Richtung fährt, wird auch in Kampala halten. Das heißt, so ein Bus hat keine direkten Haltestellen, sondern nur die Endhaltestelle und zwar Kampala. Um halt vorher rauszukommen, sagt man Massau und dann hält einfach dieser kleine Bus, wo die ganzen Leute drinnen sitzen, am Straßenrand. Ein Matatu ist deutlich billiger als die Bodas. Dafür ist es allerdings auch deutlich langsamer, weil der Straßenverkehr im Matatu wirklich sehr schleppend ist. Dafür wiederum ist es auch deutlich sicherer. Das Matatu selbst wird von zwei Personen gesteuert und zwar einmal dem Konduktor und einmal dem Fahrer. Der Konduktor ist sozusagen derjenige, der die ganze Zeit aus dem Fenster schaut und auf sich aufmerksam macht. Mit dem verhandelt man auch den Preis für die Fahrt. Auf dieser Straße sind wir dann ausgeschieden und sind dann auch zum Uganda Museum gegangen. In dem Museum habe ich eine private Rundtour bekommen, wo mir alles mögliche erklärt wurde. Zum Beispiel die alten Häuser, in denen man gelebt hat, wo jeder Stamm sein eigenes Hausdesign hat. Vergangene Instrumente, vergangene Spiele und natürlich auch verschiedenste Tiere, die dort leben. An dieser Stelle habe ich dann versucht, alle meine Entchen zu spielen. Das ist übrigens Perth, mein Tourgate sozusagen für diesen Tag in Kampada. Weiter sind wir dann im Matatu zu Craft Market gefahren und ich lasse euch einfach mal ein bisschen die Fahrt genießen. Untertitelung des ZDF für die Fahrt genießen. Untertitelung des ZDF für die Fahrt genießen. Angekommen haben wir dann in einem Restaurant etwas gegessen. Es gab Reis mit Matuke. Das ist im Grunde genommen Bananenbrei. Dazu gab es etwas zähes Fleisch und irgendwas Grünes. Oben rechts seht ihr die Soße. Das war so eine Art Bohnensoße. Und die kippen sich dann über den Reis oder über seinen Matuke und ist das dann einfach so mit. Das ist jetzt die Straße von Kampala Uptown zu Kampala Downtown. Zu Kampala Downtown wird es auf jeden Fall noch ein weiteres Video geben. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Hier seht ihr jetzt einen Taxihafen von Kampala, wo die eben angesprochenen Matatus sozusagen anhalten. Aber von denen man auch in alle möglichen Richtungen fahren kann. Je nachdem in welche Richtung man fahren will, muss man auf einen bestimmten Taxiparkplatz. Das ist jetzt ein Taxiparkplatz, der eher in weiter entfernte Regionen fährt. Okay Leute, das ist jetzt erstmal von Kampala. Zu Kampala wird es auf jeden Fall noch ein weiteres Video geben. Jetzt ab zur Roomtour. So, ich zeige euch jetzt einmal kurz das Haus, wo wir drin leben. Da kommen wir jetzt außen an. Das sieht so aus mit Stacheldraht. Alles voll. Und hier kommen wir dann ins Tor rein. Und dann sind wir hier im Vorgarten. So sieht das Tor dann von innen aus. Und dann kommt man in so einen schönen Garten. Hier, das sind die Büros. Und das sind Schlafmöglichkeiten, Schlafräume. Genauso wie da hinten Schlafräume und so eine Art Klassenzimmer sind. Und ja, da gehen wir jetzt einfach mal rein. Man kommt dann direkt zu einem Art Wohnzimmer. Hier ist dann das erste Zimmer schon. Hier ist übrigens mein Zimmer. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Ich kann leider keinen Strom anmachen, weil wir gerade Stromaussage haben. Aber mit Moskitunnetz. Und ja, so ist es dann eingerichtet. Kleiderschränke. Kleiderschränke. Und ja, hier so verschiedenste Sachen. Die Wasserkanister benutzen wir nicht, weil die sind leer und die sind sehr teuer. Wir haben ja alle in der Wasserfilterflasche. Hier sind dann Lebensmittelschränke. Da hat jeder sozusagen seinen eigenen Schrank, wo er seine Sachen lagern kann. Bei mir ist das hier drin. Reis, Nüsse, Haferklocken, Öl und Pfeffer. Hier geht es dann weiter zu weiteren Schlafmöglichkeiten. Die sind halt gerade alle nicht belegt, die Zimmer. Hier ist dann ein Zimmer. Hier ist eine Schlafmöglichkeit. Und hier ist auch ein Zimmer. Hier war tatsächlich mein erstes Zimmer. Aber ich bin umgezogen. Wegen der Lautstärke, die da von der Straße so hart kommt, das ist sehr nervig. Okay, dann geht es hier weiter in sozusagen das Esszimmer. Hier sind halt Wäsch- und Waschmöglichkeiten. Also hier kann man seine Wäsche aufhängen, wenn es draußen regnet. Hier kann man essen. Essräumlichkeiten. Da ist auch noch mal mehr. Und hier kommen wir dann zur Küche. Okay, hier sind wir in der Küche. Hier ist ein Kühlschrank. Hier ist der Gasherst. Der funktioniert so. Halt wie im Jahrzehltal funktioniert. Man macht ja so Gas an. Natürlich wird gewaschen mit der Hand. Alles wird gewaschen so mit der Hand. Der Ofen funktioniert leider nicht. Hier sind so ein paar Gewürze. Die hören so allen möglichen Leuten. Und ja, das war's mit der Küche. Jetzt können wir weiter gehen. Und zwar in die zwei Badezimmer, die wir haben. Da kann ich auch leider gerade kein Lichter machen. Aber hier ist eine Dusche. Und dann ist hier... Hier ist dann die Tourette, die zweite Dusche. Und ein Waschbecken halt. Das ist übrigens Jeremiah. Sozusagen der Hausmeister hier. Und so eine Art Bodyguard. Natürlich nur kaltes Wasser, ne? Also jedes Mal eine Herausforderung zu beruschen. Aber das ist in Ordnung. Jetzt können wir weiter gehen. Dann kommen wir hier in den Außenbereich. Wenn hier die Sonne scheint, machen wir halt hier die Hechteregen. Aber das muss man immer schnell reagieren, und dann halt es dann anfängt zu regnen. Weil es kann schnell kapieren. Und dann müssen wir alle Sachen direkt wieder reinholen. Und hier machen wir auch die Wäsche. Also ich war schon mit der Hand. Das benutzen wir nicht. Und dann... ...kommt man hier halt wieder durch. Alles natürlich sehr gesichert. Aua. Das ist halt alles... ...abschied abgesichert. Ja, und hier sind wir halt wieder. Im Vorgarten. Und dann... Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like oder ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Wie... ... ... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.